Was wir jetzt miteinander an dieser Stelle besprechen, sind einfach mal ein paar Gedanken, ein paar Erfahrungen auf dem Weg, den auch ich gegangen bin. Man fängt ja irgendwann im Trading an, freut sich auf die guten, großen Chancen, die man in diesem Bereich haben kann. Ja, läuft los und dann merkt man plötzlich, ach herrje, so einfach ist es ja gar nicht. Es kommt ja immer wieder was dagegen, was mir meine schönen Gewinne wieder weg macht und das Konto läuft immer wieder ins Minus und das ist einfach für viele, viele deprimierend. An dieser Stelle möchte ich sagen, es ist nichts Ungewöhnliches und es ist völlig normal, was wir da sehen. Bevor wir jetzt hier nochmal ins Detail gehen, wie immer auch an dieser Stelle noch einmal der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das was hier steht, bitte ich natürlich wie immer auch für diesen Teil in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Also, wir sprechen jetzt hier an dieser Stelle einfach mal im ersten Teil dieses Webinars, ich mache davon auch noch ein zweites Webinar, in der übernächsten Woche machen wir hier Teil 2. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir einfach mal, wir gehen mal der Frage nach, kann man im Daytrading Geld verdienen? Wir schauen die Unterschiede zwischen Trading und Investieren an, wir gucken auf den Faktor Zeit, Risiko und Money Management, kratzen wir an dieser Stelle auch mal an. Wir gucken auch für diejenigen, die es kurzfristig machen wollen, die Vorteile für einen Daytrader an, weil Daytrading hat natürlich auch Vorteile gegenüber dem Swing Trading und wir stellen uns oder gehen noch kurz auf die Frage ein oder auf den Punkt ein, was ist denn die richtige Frage, um erfolgreich zu sein? Und an dieser Stelle, ja, auch mal von meiner Erfahrung her an sich, ich handele ja mittlerweile seit 1998 mit Echtgeld an den Märkten. Ich habe sozusagen direkt mit meiner Banklehre angefangen, auch an den Aktienmärkten zu traden, deswegen bin ich auch Banker geworden, weil ich das ganze Geschäft von der Pike auf lernen wollte und ich habe natürlich die gleichen Fehler gemacht, die alle machen. Dazu brauche ich nichts weiter zu sagen. Ich bin gestartet mit der großen Motivation, ja, man kann an der Börse richtig, richtig gutes Geld verdienen, das ist toll. Ich wollte irgendwann davon leben, das war mein großes Ziel gewesen und ich habe einfach damals gesagt, komm, das machst du jetzt. Du hast die Chancen, du lernst das hier in der Bank, du verdienst jetzt Geld. Wie ging es dann los? Die ersten Monate waren schön, die Börsenphasen waren ja auch richtig toll, man konnte richtig, richtig gutes Geld verdienen, weil halt alles gestiegen ist, da konnte man nicht viel verkehrt machen und dann, ja, dann kamen die ersten Probleme. Und was ist dann passiert? Dann kam erst mal ein dickes Minus auf dem Konto. Ich habe nie ein Konto platt gemacht, aber ordentliche Drawdowns hatte ich auch. Ja, hätte ich damals gewusst, was alles auf mich zukommt, hätte ich viele Sachen anders gemacht oder vielleicht hätte ich auch gar nicht angefangen, ich weiß es nicht. Was ich aber an dieser Stelle sagen kann ist, es lohnt sich definitiv, dabei zu bleiben und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Was sich allerdings nicht lohnt ist, das kann ich an der Stelle auch schon mal sagen, permanent zwischen den verschiedenen Strategien hin und her zu rudern und zu schauen, was macht der eine, da mache ich das, ich bin nicht erfolgreich damit, da mache ich was anderes. Wir haben es ja immer wieder, wir sehen es auch medial, aktuell ein Mega-Hype ist hier das Thema, dass man sozusagen mit Volumen agiert, mit Zonen rausfiltern in den Programmen, das gibt es ja mittlerweile auch für den Stereo-Trader hier, dass wir sozusagen das Volumensprofil uns anzeigen lassen können. Das ist der neueste Hype sozusagen und man guckt, wenn man in die Multimedia-Welt guckt, in Facebook, in die ganzen sozialen Netzwerke, das ist momentan der Knaller, das wird hingestellt wie der heilige Kral zum Trading, alles andere ist Mist, mit allem anderen kann man kein Geld verdienen und das zieht natürlich gerade unerfahrene Trader an. Ich kann sagen, an dieser Stelle, das ist alles Quatsch, das ist Schwachsinn, was dort erzählt wird, das ist auch nur ein Handelssystem, das an den Märkten funktioniert. Es gibt viele andere Systeme und man darf am Ende nicht vergessen, was man damit machen möchte. Man tradet einfach einen Markt, der in Bewegung ist, wie jeder andere auch und wenn am Ende die Order im System spielt, dem Markt ist das völlig wurscht, warum sie eine Long Order oder eine Short Order eingeben. Sie sind drin, sie gehen in den Markt rein, dem Markt ist es wurscht, er triggert ihre Order, er geht den Kauf oder Verkauf ein, Punkt, das war es gewesen. Ob sie dann damit Geld verdienen, ist dem Markt völlig egal. Der Grund ist einfach, den kennen nur sie. Und wenn sie über das Volumensprofil reingegangen sind, weil sie ein Handelssignal bekommen haben, dann ist es so, wenn man reingeht, in meinem Handelsstil, Trend basiert an dieser Stelle und ich habe jetzt ein Umkehrsignal bekommen, weil die Nachfrage umgekehrt ist, dann ist das halt mein Indiz im Trading, warum ich die Position aufgemacht habe. Aber am Ende landen beide Orders im Orderbuch und werden abgewickelt, ohne den Grund in irgendeiner Art und Weise zu beachten. Weil nur weil ich möchte, dass der Markt steigt, weil er gerade preiswert ist, steigt er nicht. Und nur weil derjenige im Volumensprofil sieht, okay, wir sind gerade hier im billigen Bereich, der muss jetzt wieder teurer werden, wird der Markt nicht zwangsweise teurer, nur weil er gerade sozusagen im überverkauften Bereich irgendwo da unten rumschwirrt, wo er halt übertrieben billig ist. Deswegen dreht der Markt nicht rum. Das muss man an dieser Stelle einfach wissen. Und das sind nur Wahrscheinlichkeiten. Gehen wir wieder mal aber zurück, wirklich auf das Thema, kann man im Daytrading Geld verdienen? Und da können wir wirklich sagen, selbstverständlich haben wir die Chance, im Daytrading Geld zu verdienen. Aber, und jetzt kommt halt ein Aber, die Praxis zeigt halt, weniger als 20% der Trader verdienen langfristig Geld. Das sehen wir ja auch am aktuellen Risikohinweis hier bei Tickmill. Wir sehen es angelendet aktuell. Was steht hier drin? Der Risikohinweis, 72% der Privatanleger konnten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei Tickmill UK Limited. Das steht da. Das heißt, klar kann man Geld verdienen. Aktuell verdienen 18% der Trader bei Tickmill Geld. Der Rest verliert. Also, wir haben die Chance, Geld zu verdienen. Wir müssen es nur richtig anstellen. Und das ist halt der Punkt, da muss man sich hinbewegen. Wir wissen halt, es ist gar nicht so leicht. Und der Anfänger, der Starter im Trading, der kommt, sage ich mal, ja gar nicht in die Situation, nachhaltig Geld zu verdienen, weil er an einer Stelle steht, wo er noch gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Das heißt, die Mehrheit der Trader, die noch nicht profitabel sind, sind gerade am Anfang mit den Anforderungen, die das Trading braucht, absolut überfordert. Das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, wobei ich damals den Vorteil hatte, ich habe das Ganze nebenberuflich gestartet und ich habe natürlich auch einen Beruf gehabt, wo ich sehr nah auch an der Börse gewesen bin. Das ist ein bisschen was anderes. Nur, das ist völlig egal. Es ist einfach so, die Aufgaben, die sind für jeden gleich, zu bringen. Und ich hatte halt damals überhaupt nicht den Anspruch, Daytrader zu werden und dem Daytrading Geld zu verdienen. Mache ich heute. Die Mehrzeit meiner Trades geht, sind eher Swing Trades. Ein klassischer Daytrader, den mache ich auch ab und zu mal. Nur, ich persönlich merke halt, für mich persönlich ist es so, dass ich in den Swing Trades deutlich besser performe. Und das ist halt etwas, das muss jeder für sich selber lernen. Die Frage ist halt, kann man im Daytrading Geld verdienen? Und die Grundweise des Marktes ist ja die gleiche im kurzfristigen wie auch im langfristigen. Es fließen irgendwo Orders ins Orderbuch, der Markt rechnet ab und wir haben entweder einen Verkaufüberhang oder einen Kaufüberhang, also einen Nachfrageüberhang. Dann steigen die Preise, wir haben einen Angebotsüberhang, dann fallen die Preise. Und das ist das Gleiche, ob man es nur im kurzfristigen Bereich macht oder im längerfristigen Bereich. Da gibt es keine Unterschiede. Wenn man die Trends entsprechend hat und die Trends entsprechend sieht, dann sieht man halt, wo das Geld entsprechend auch mit hinläuft. Und das ist halt einfach das Wichtige zu sehen, was daraus gezogen wird. Das heißt, das ist alles eine ganze Menge Input, die am Anfang kommt. Eine ganze Menge Sachen, die man alle auf einen Punkt bringen muss. Und die Gründe dafür, für diese Tatsache, dass man am Anfang überfordert ist, liegen Nummer 1, das Thema Ansprüchlichkeit der Entwicklung zur Profitabilität. Das ist einfach ein Fakt, wenn man mit dem Trading auch anfängt oder schon eine ganze Weile dabei ist, aber noch nicht die Profitabilität erreicht hat. Man kann halt den Zeitrahmen überhaupt nicht abschätzen, wie schnell man in der Profitabilität ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Trading ist ein sehr, sehr anstrengender Beruf. Er braucht sehr, sehr hohe Qualifikation. Er braucht auch ein gewisses Maß an Demut, ein gewisses Maß an Disziplin. Und das sind wichtige Fakten, die wir im Daytrading brauchen, aber auch in anderen Trading-Bereichen. Das heißt, das sind wichtige Fakten. Und der Zeitrahmen wird halt häufig unterschätzt. Das heißt, man versucht hier in einem kurzfristigen Trading-Bereich, also das heißt im Daytrading, das ist der Marathon, der Sprint sozusagen im Trading. Also mit dem Sprint versucht man, einen Marathon zu traden. Und der Marathon ist halt das Langfristige. Wir wollen ja langfristig Geld verdienen. Und wie wollen wir es machen, indem wir in den ganz kleinsten Zeiteinheiten im Daytrading aktiv sind. Und das ist halt etwas, da muss man, das ist ja genauso im Trading, im kurzfristigen Trading ist es wie im Sprinten. Die Schrittfolge ist extrem schnell im Sprinten. Und genauso ist es auch im Daytrading. Die Schrittfolge, die Handelsaktivitäten im Daytrading sind sehr, sehr hoch. Und das ist jetzt der Faktor, wenn man noch nicht schnell genug ist, um seine Entscheidungen zu treffen, um den Markt richtig zu analysieren, wenn man das alles noch nicht schnell genug sieht, dann fällt man einfach auf der Nase, weil man einfach mit diesem schnellen Schritt halten noch gar nicht zurechtkommen kann. Und das braucht einfach Zeit. Ich habe mich vor kurzem in Berlin, als ich auf dem Börsentag dort in Berlin gewesen bin, habe ich mich mit einem angehenden Händler oder mit jemandem, der schon Händler ist, aber noch in einem relativ frühen Stadium steht, habe ich mich mal so ein bisschen unterhalten, weil er kennt mich auch und er hat einfach auch gesehen, er sieht auch, wie meine Charts aussehen. Ich habe ja kaum Indikatoren oder eigentlich habe ich keine Indikatoren in diesen Charts drinnen. Ich lese einfach den Chart. Und das ist halt das, was ich auch immer versuche, den Menschen beizubringen. Und lest einfach, genau wie beim Autofahren, da liest man ja die Straße und wenn man sieht, es ist nass, dann fährt man etwas vorsichtiger, wenn man sieht, es liegt Schnee, dann fährt man etwas vorsichtiger. Wenn die Straße aber trocken ist, dann kann man auch ein bisschen zügiger fahren, ja? Da muss man auch in der Kurve nicht so vorsichtig sein. Man liest die Straße einfach, weil man Erfahrung hat, wie sich das Ganze anfühlt und worauf man achten muss. Als Anfänger kommt man auch mal ins Schlingern, wenn es ein bisschen nass auf der Straße ist. Und wenn man das einmal gemerkt hat, wie sich das anfühlt, dann geht das Ganze in den Kopf über und dann ist man beim nächsten Mal etwas vorsichtiger. Und genau das ist es auch im Lesen von Charts. Er hat gesagt, wie lange tradest du schon? Ich sage, ich gucke mir die Charts seit 1998 an, eigentlich ein bisschen früher. Ich bin ja im Abitur schon mit der Börse in Verbindung gekommen. Und da hat er gesagt, siehste, du hast so viel Zeit schon investiert und du kennst so viele Dinge durch die vielen, vielen Charts, die du gesehen hast, das kann der Anfänger ja gar nicht. Und der hat gesagt, du hast mir mal gesagt, das Trading mit den Charts lesen und so weiter und so fort, das ist ein Beruf wie ein Chirurg oder ein Anwalt, der sechs, sieben Jahre braucht, um auf einem extrem hohen Niveau auch anzukommen. Und der hat mir gesagt, du hast absolut recht, das stimmt. Du brauchst einfach extrem viel Streamtime, um zu sehen, wie sich die Märkte verhalten. Und wenn du dann die Charts siehst und dann kannst du das Verhalten der Marktteilnehmer einordnen, dann kannst du entsprechend deine Trades auch reingeben. Und all diejenigen, die mit funktionierenden Handelssystemen um die Ecke kommen und sagen, hier, passt auf, ich lerne euch, wie ich das gemacht habe. Das ist alles okay, das mache ich ja auch so. Ich habe ja auch meinen Stil. Nur am Ende ist der Coach oder derjenige, der ein Seminar hält, nur einer, der ein paar Teile fürs Puzzle gibt. Und der Trader an sich muss aus diesem Wissen, was er dort hat, den eigenen Weg finden. Weil einfach nur nachmachen, das funktioniert nicht. Und das ist halt auch das, was die Entwicklung zur Profitabilität so ein bisschen beeinflusst. Je mehr wir Zeit haben, je mehr wir sehen, je besser können wir lernen. Und das ist halt wichtig. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, viele Trader haben am Anfang noch viel zu wenig unternehmerisches Denken. Man muss als Trader, um da aktiv und ordentlich Geld zu verdienen, braucht man unternehmerisches Denken. Das heißt, an dieser Stelle braucht man ein anderes Gedankengut als ein Arbeitnehmer. Warum? Ein Angestellter, der sagt einfach, ich arbeite und für meine Arbeit kriege ich Geld. Das Ergebnis ist da nicht so wichtig. Ich habe einen Arbeitsvertrag, da steht drin, ich muss 40 Stunden arbeiten. Dafür kriege ich Summe X am Ende des Monats. Punkt. Ich komme auf Arbeit, arbeite meine 40 Stunden, kriege die Kohle aus dem Konto. Das war es gewesen. Im Trading ist das alles andere als richtig. Das ist falsch, weil im Trading kannst du arbeiten, wie du willst und verdienst trotzdem kein Geld. Du verlierst Geld, das Konto wird kleiner. Du arbeitest und bezahlst dafür noch Geld. Das ist Realität im Trading. Gerade bei Menschen, die nicht wissen, was sie machen sollen. Das heißt, das ist das Gleiche wie in einem Unternehmen. Ein Unternehmer, der nicht weiß, was er macht, was seine Kunden wollen, was der Markt braucht, der wird arbeiten wie ein Verrückter, aber am Ende pleite gehen. Aber es gibt ja viele, viele, viele Unternehmer, die sind sehr erfolgreich. Darum gibt es ja auch so viele Angestellte, weil es viele Unternehmen gibt, die erfolgreich sind. Die brauchen Arbeitnehmer, damit das Unternehmen weiter wachsen kann. Und der Unternehmer hat einen Plan. Der hat sich am Anfang Gedanken gemacht, was braucht der Markt, was kann ich tun, damit ich den Markt bedienen kann und damit ich dann Geld verdiene. Und genau so ist es auch im Trading. Wir brauchen einen Plan. Wir müssen wissen, was wir tun, wie wir Geld verdienen wollen, welche Schritte wir unternehmen wollen. Und wir müssen auch wissen, dass wir aus Federn lernen können und müssen. Und dann kann das Ganze funktionieren und dann wird es auch funktionieren. Das merke ich ja selbst bei mir. Ein weiterer Punkt für das Thema Trading und nicht erfolgreich sein, ist immer noch ein fehlender Rückhalt in der Familie. Viele Deutsche sagen, wenn ich jemandem auf der Straße sage, ich bin Trader, oh Gott, einer von denen, einer von den ganz bösen, bösen Leuten, die vernichten nämlich mein Geld. Börse ist schlecht. An der Börse kann man nur Geld verlieren. Das ist Käse. Das ist der größte Quatsch. Aber in den Köpfen der Leute ist es halt drin. Das Telekom-Aktie ist immer noch präsent, wenn man die Leute fragt, Telekom, oh Gott, das ist ja alles nach unten gegangen. Das ist Schwachsinn. Man konnte damit Kohle ohne Ende verdienen. Ich habe gute Gewinne mit der Telekom gemacht, wenn man natürlich die richtige Strategie hat. Ich sage mal, wenn man so blauäugig ist und bei 60 Euro kauft und die Aktie an die 100 ranläuft und die dann auf den Einstiegspreis zurückfällt und man dann sagt, ich hoffe mal, dass es wieder hochgeht. Sorry, da fehlt jeglicher Plan. Und das ist einfach das, was wir im Trading nicht brauchen. Ich hoffe, ich trete damit jetzt keinem auf die Füße. Nur das ist die Realität. Manchmal muss man der Wahrheit halt auch ins Gesicht blicken. Wer bei 100 zu gierig war zu verkaufen und bei seinem Einstand die Hoffnung hatte, dass es wieder hochgeht und dann es zugeschaut hat, wie es immer tiefer gefallen hat, da fehlt einfach der Plan. Das Wissen, was man in welcher Situation tun muss. Und das brauchen wir Trader. Und das ist in den Köpfen halt vieler Familien noch drin. Und wenn da der Rückhalt fehlt, dann funktioniert es nicht. Weil wenn der Trader dann am Anfang Geld verdient und die Familie sagt, du verdienst, du verlierst hier Geld. Was machst du da für ein Mist? Warum machst du das? Unser sauer erspartes Geld geht hier drauf. Das ist natürlich ein immenser mentaler Druck, der dann da ist. Und wenn der Rückhalt nicht da ist, dann wird es halt, es ist halt noch ein größerer Stein, der im Rucksack liegt, den der Trader auf dem Weg zum Erfolg mittragen muss. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ein weiterer Grund ist die falsche Motivation. Oft wird Trading angefangen aus Gründen, die völlig daneben liegen. Die Werbung sagt uns, hey, schau mal, Trading ist total easy. Du sitzt im Urlaub am Strand mit dem Cocktail in der Hand. Du nimmst einfach nur dein Handy, siehst hier, geh long oder geh short. Dann geh mal long, dann verdienen wir Geld. Das ist das, was die Werbung verspricht. Mit solchen, sag ich mal, Aussagen werden wir natürlich regelmäßig konfrontiert. Und da wachsen natürlich auch gewisse Erwartungen, gewisse Motivationen, wie man das machen möchte, warum man das machen möchte. Und wenn man sowas im Hinterkopf hat, ist das natürlich immer recht schwierig, gleich dann anstelle loszulegen. Und dann noch etwas, man vergleicht sich natürlich immer direkt mit den Leuten, die Geld verdienen. Das ist so ähnlich, wir haben ja in Deutschland viele Leute, die Fußball spielen. Das ist so ähnlich, wenn man sich mit den Top-Fußballspielern vergleicht. Ja, da so, und da machen wir das. Und das kann ich auch. Man kann es nicht, man weiß es doch. Man spielt in seiner Stadtliga, Kreisliga, was weiß ich, Dorfliga, Fußball, hat da Spaß dran, probiert auch immer mal was aus, was die Profis machen. Aber man spielt in keinster Weise auf dem Top-Niveau der Profis. Und es kommt im Normalfall auch kein Fußballer in der Dorfliga oder der Kreisliga auf die Idee, sich mit den Top-Fußballspielern, die in der Champions League spielen, zu vergleichen und sagt, ich bin genauso gut, das macht keiner. Die wissen, wir gucken uns ein bisschen was ab, mehr auch nicht. Und dann können wir davon lernen und das spielen wir aus, dann haben wir Erfolg und gut ist, Punkt. Im Trading ist das genau das Gleiche, nur man sagt einfach, was der eine kann, das kann ich auch, Punkt. Und dann geht man mit genau dieser Einstellung geht man ans Trading ran. Und das ist ein Fehler, weil die Leute, die heute auf Top-Niveau traden, die erfolgreich unterwegs sind, die haben genauso angefangen wie jeder andere auch mit den ersten Schritten. Die haben auch Geld verloren, die haben Fehler gemacht, nur die haben aus ihren Fehlern gelernt. Und das ist der wichtige Punkt, diese Entwicklung halt weiter anzugehen. Und hier kommen wir jetzt nochmal kurz auf den Punkt zu sprechen, Trading versus Investieren. Investieren ist halt ein sehr, sehr langer Begriff. Trading ist das ganz, ganz aktive, nur das hat natürlich einen Einfluss auf die Zeiten, in denen man tradet. Und das muss man ja als Trader wissen, für welchen Zeitrahmen man sich entscheidet. Man braucht also auch das Wissen, was es da alles so gibt. Trading an sich ist erst einmal ein ganz, ganz aktives Arbeiten an den Märkten. Man geht hier definitiv immer auf Kursgewinne aus. Man hat das Ganze auch in einer Zeitbegrenzung, weil man ist sehr aktiv. Man gibt dem Trade auch nur wirklich eine gewisse Zeit X, um an sein Ziel zu kommen oder den Trade zu beenden. Im Daytrading ist die Zeitvorgabe ja ganz klar. Wenn der Handelstag für einen beginnt, kann man frühestens die erste Position aufmachen und spätestens dann, wenn der Tag um ist, wenn die Börse schließt, beziehungsweise der Tag um ist. Jetzt im FX-Bereich haben wir ja 24-Stunden-Märkte. Wenn der Tag um ist, ist der Tag zu Ende und da darf keine Position gehalten werden. Das heißt, da gibt es keine Übernacht-Positionen. Und das sind einfach so Zeitbegrenzungen, Zeitengen, die man hat, wenn der Trader beispielsweise sagt, okay, ich möchte nach 22 Uhr keine Position mehr halten, weil mir das Übernachtrisiko zu groß ist, dann wird die da geschlossen und frühestens, wenn er sagt, 9 Uhr fange ich an mit arbeiten, frühestens dort wird eine Position aufgemacht. Man hat definitiv im aktiven Trading eine Begrenzung für den Trade. Trading an sich braucht sehr, sehr, sehr viel emotionale Stärke auch, weil durch dieses schnelle Hin und Her werden die Emotionen, gerade bei den Beginnern oder leicht Fortgeschrittenen, immer wieder angepackt. Und das bringt uns in Unruhe und da muss man auch daraus lernen. Und hier beim Trading ist es so, dass die Arbeit mit dem Geld, der Profit und das Risiko, das liegt im Geld. Das heißt, man versucht im Trading immer in kurzer Zeit gutes Geld zu verdienen und damit hat man natürlich, dass das Risiko in den größeren Positionen liegen. Das heißt, man versucht hier in kurzer Zeit über die Preisaktie einen gewissen Schub mitzunehmen und damit eine Menge X an Geld zu verdienen. Und da ist es natürlich immer so, da kommt in aller Regel oder in der Linie halt dann die Unruhe auch mit rein. Man liest da auch oft vom sogenannten Rumrutschfaktor an dieser Stelle. Man wird nervös. Dieses Wort hat, glaube ich, auch der Vogt mal verwendet. Man wird nervös. Man rutscht auf seinem Stuhl hin und her einfach, weil die Emotionen sozusagen übergreifen. Und das hat dann immer damit auch zu tun, dass die Summe, die wir momentan zum Trading benutzen, zu groß ist und uns in diesem Moment in eine emotionale Schieflage bringt. Und deswegen braucht man da die emotionale Stärke. Demgegenüber steht im weiten Sinne das Investieren. Beim Investieren ist es so, man arbeitet eher passiv. Man macht einmal eine Trading-Entscheidung und lässt den Markt laufen. Wenn wir uns beispielsweise den Euro-US-Dollar anschauen, der ist ja seit langer, langer Zeit abwärts gerichtet. Und wer bei deutlich höheren Kursen gesagt hat, okay, wir nehmen uns jetzt mal den Monatschart ran. Wir sehen, der Monatschart ist abwärts gerichtet. Wir sind zu einer guten Zeit reingekommen. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen hier. Wir nehmen uns mal kurz den Chart vom Euro-US-Dollar rein. Hier ziehe ich ihn mal ganz kurz rüber. Und wir sehen an dieser Stelle die Tatsache hier, Euro-US-Dollar-Tagesschart ist jetzt irrelevant hier für den etwas längerfristigen Trader. Gucken wir uns mal den Wochen- oder gar den Monatschart auch an. Wochenchart ist hier ein bisschen besser. Gehen wir mal kurz dahinter, sehen wir das Ganze ein bisschen besser. Und wenn wir hier ganz einfach sehen, hier oben, seit, wann haben wir es gewesen, seit März 2018, läuft der Markt schon wieder schön nach unten. Dann kann man doch wirklich, wenn es zu einem eigenen Trading-Stil passt, cool bleiben, in Ruhe den Markt nach unten traden, lassen seine Handels-Setups finden und zu sagen, okay, in diesem großen Bereich den Einstieg finden. Ich mache jetzt mal ein Optimum, ja, dass man einfach sagt, okay, wir sind hier zum Beispiel mit Bruch dieser Marke hier oben bei 1,216 oder 1,215 in die Short-Position reingegangen und lassen einfach diesen großen Druck weiter am Arbeiten. Wenn man mal sieht, der stand ja schon mal bei 1,40, wie lange der schon abwärts gerichtet ist, da sehen wir einfach, dass der Schub von oben nach unten anhaltend ist. Und das kann man wirklich passiv in aller Ruhe sehen und das Ganze dann entsprechend laufen zu lassen. Und das ist einfach passiv. Man trifft einmal eine Entscheidung und lässt den Markt so lange laufen, bis es wirklich zu einer massiven Richtungsänderung kommt. Und da hat man nichts zu tun. Was hier an dieser Stelle natürlich steht, sind Kursgewinne, die man an diesem Bereich immer hat. Und beim Investieren, ich sage mal so, im FX-Bereich hat man natürlich keine Dividenden, ja. Aber wenn man mal die klassischen Handelsstile auch mit anschaut, dann hat man zum einen die langfristigen Kursgewinne. Und wenn man im Bereich anderer Anlagen auch noch unterwegs ist, möglicherweise auch noch Dividenden. Aber hier im FX-Bereich, im langfristigen Bereich sind es da natürlich immer die Kursgewinne, die wir erzielen wollen. Die Zeit ist hier der Freund des Traders. Das heißt, da er passiv arbeitet, ist die Zeit, wir traten hier auch nicht über die Preisaktie klassisch, sondern wirklich auch über die Zeit. Weil wenn so ein Trend sich über lange, lange Zeit auch über die Preisachse bewegt, dann hat man einfach die Geschichte, dass man hier mit kleinen Positionen gutes Geld verdienen kann. Einfach weil man nicht über die Preisaktie nur sein Geld verdient, sondern auch über die Zeitaktie. Und wenn der Markt über lange Zeit nach unten oder nach oben läuft, dann kann man halt mit einer kleineren Position genauso viel Geld verdienen, wie das der aktive Trader mit deutlich größeren Positionen macht. Nur man ist hier halt viel, viel länger investiert, im Gegensatz zum Trader. Der Trader ist natürlich viel, viel kürzer investiert, hat dadurch natürlich auch wesentlich weniger Marktrisiko. Deswegen hier im Investieren Profit und Risiko liegen im Markt. Und das kann man genauso gut im Forex Trading machen. Und das Forex Trading ist ja auch sehr, sehr schön, gerade auch für die kleineren Konten, weil durch die Hebel kann man natürlich auch mit ganz anderen Möglichkeiten arbeiten. Das heißt, hier ist das Ganze viel, viel ruhiger. Und die Frage, die man sich an dieser Stelle wirklich auch stellen muss, ist, wenn ich kurzfristiges Trading machen möchte, also das klassische Day Trading, ist die Frage, passt denn mein Tagesablauf überhaupt zum Day Trading? Das heißt, wir haben ja alle eine Menge Aufgaben, wir haben unseren Beruf, wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Hobbys, wir haben Verpflichtungen. All das grenzt uns natürlich ein in unserer Arbeit, die wir hier machen können. Und das sind natürlich Fakten, die wir immer wieder auf der Uhr mithaben müssen, um das Ganze auch im, sag ich mal, ordentlichen Maßstab machen zu müssen. Weil wer Day Trading machen möchte, muss auch zu den passenden Handelszeiten da sein. Das heißt, hier kommt der Faktor Zeit ins Spiel. Das heißt, an dieser Stelle muss man einfach wissen, wir brauchen, gerade wer noch nicht hauptberuflich tradet, eine Zeiteinteilung zwischen all unseren Aufgaben, die wir haben, und dem Trading. Das heißt, wer einen ganz normalen Bürojob beispielsweise hat und von 8 bis 17 Uhr im Büro ist, der hat natürlich ziemlich schlechte Karten, weil in dieser Zeit sind natürlich auch die Händler aktiv. Und wenn die Händler nicht mehr aktiv ist, sieht es mit den Bewegungen auch ein bisschen anders aus. Das heißt, er hätte jetzt hier die Chancen, Trading vor 8 Uhr zu machen und nach 18 Uhr. Das ist mal die Zeit, die der Trader dann hat. Wenn man sich allerdings mal die Handelszeiten für den FX-Bereich beispielsweise anschaut, dann sieht man hier halt, es gibt bei uns hier für Europa, es gibt frühmorgens eine Überschneidung, noch so ein bisschen kleiner Rest aus Asien. Europa geht jetzt hier rein, morgens 8 Uhr, 9 Uhr, London kommt 10 Uhr rein. Da kommt wirklich mehr Geld rein. Dann ist Mittagszeit, da ist immer weniger los. Also da, wo auch mal derjenige, der arbeiten geht, plötzlich Zeit hat, den Markt zu betrachten, da ist weniger los, weil die Händler einfach Pause machen. Die lassen auch den Hammer fallen und gehen was essen. Und wenn die essen gehen, sind die natürlich nicht aktiv. Und dann haben wir die Nachmittagssession, da kommt die USA mit rein. Das heißt, hier an dieser Stelle ist da auch ordentlich Handelsvolumen da. Dann geht der Euromarkt raus, das heißt, Deutschland und so macht Feierabend, London geht auch irgendwann raus. Die USA machen dann 18 Uhr Mittag und dann sehen wir, das Handelsvolumen geht schon wieder ein Stück weit zurück. Und das sind einfach Fakten, die wir wissen müssen. Und das heißt, wenn wir hier mal die Überschneidung sehen, das meiste Geld ist eigentlich so unterwegs hier bei uns, wenn wir das aus Deutschland mal sehen, zwischen grob 9 und 17, 18 Uhr. Und dann geht es noch ein bisschen in die Abendsession rein durch die USA. Also die Händler aus Europa und London sind weg. USA ist da noch ein bisschen da und dann ist erstmal Ruhe. Dann ist keiner mehr da und dann ist natürlich auch viel, viel weniger Geld an den Märkten da. Und wenn das nicht passt, wenn man in diesen Zeiten nicht traden kann, dann hat man im Daytrading halt relativ schlechte Karten, weil man braucht ja auch ordentlich Bewegung. Heißt also hier, wenn sich das Ganze mal anschauen möchte, die besten Zeiten für den Forexhandel im Daytrading liegen zwischen 8 und 11, dann kommt Mittagszeit und 14 bis 18 Uhr, weil dort auch das höchste Handelsvolumen entsprechend mit da ist. Ja, das ist das eine. Und im Faktor Zeit, die Uhr hier, diese Eieruhr zeigt es, diese Sanduhr, je weniger Zeit wir zum Traden haben, im kurzfristigen Bereich, ja, wo gemerkt, je größer ist natürlich der Druck. Weil wenn wir nur noch eine halbe Stunde zum Handeln haben, müssen wir in der halben Stunde ein Setup finden und wir müssen in dieser halben Stunde das Setup positiv beenden. Das ist Hammerdruck, ja. Das heißt, die Positionseröffnung ist der Start des Handels, die Positionsschließung das Handelsende. Und wenn wir dann keine Zeit mehr haben, dass der Trade sich entwickeln kann, dann haben wir ziemlich schlechte Karten. Ja, das heißt, die Zeit bestimmt die Marktliquidität. Und man kann hier auch sagen, je später der Abend, umso geringer ist die Liquidität. Und wir brauchen einfach im kurzfristigen Trading die Liquidität, um an den Märkten aktiv und erfolgreich zu sein. Das ist wichtig zum Faktor Zeit. Kommen wir jetzt nochmal kurz hier zum Risiko und Money Management. Risiko und Money Management bedeutet an dieser Stelle, wir müssen einfach mal schauen, was bedeutet es, das Risiko im Markt oder das Risiko im Geld zu haben. Das sind zwei Faktoren, die sind auch beim Handelsendeal sehr, sehr wichtig. Wir schauen zuerst mal auf das Marktrisiko. Das Marktrisiko bedeutet, dass der Stopp weit weg vom aktuellen Kurs ist. Man legt das Risiko in den Markt. Das heißt, die Preisleiste wird viel, viel weiter nach unten bedient. Die Positionsgröße ist relativ niedrig. Der Einflussfaktor Zeit zeigt uns hier, wir sind ja natürlich, wenn wir das Geld in den Markt legen, das Risiko in den Markt legen, heißt das, wir sind lange Zeit im Markt investiert. Und immer dann, wenn wir lange Zeit im Markt investiert sind, haben wir natürlich immer ein deutlich höheres Risiko für unkalkulierbare Events. Das ist das eine. Und wir haben natürlich immer auch sogenannte Gap-Risiken. Das heißt, auch wenn wir im FX-Trading unter der Woche kein Gap-Risiko haben, übers Wochenende haben wir es trotzdem. Das ist einfach Fakt. Und das muss man wissen, wenn wir lange Zeit investiert sind, haben wir diese Risiken da. Auf der anderen Seite gibt es das sogenannte Risiko im Geld. Das ist das Geldrisiko. Da ist es so, dass der Stopp recht nah am Kurs ist. Aber die Positionsgröße ist sehr, sehr hoch, weil wir wollen ja Geld verdienen über eine kleine Bewegung am Markt. Wer sein Risiko in den Markt legt, der möchte eine weite Kursspanne nutzen, um Geld zu verdienen. Das ist bei dem Daytrader natürlich schwer möglich, weil wir können ja nicht erwarten, dass wir innerhalb von einem Handelstag die Spanne an den Weg zurücklegen, die der Markt in den letzten zwei, drei Wochen gemacht hat, um dort über die Preisleiste Geld zu verdienen. Das wird natürlich nicht in den meisten Fällen der Fall sein. Das heißt, im Geldrisiko haben wir eine relativ enge Absicherung, aber eine relativ große Positionsgröße und eine kurze Haltedauer. Das heißt, das Geld, was wir für die Risikoseite bereitstellen, kann in beiden Entscheidungswegen die gleiche Summe sein. Ist es häufig auch. Aber die Positionsgröße, die wir schieben, die ist natürlich immer eine andere und der Haltedauer ist eine ganz, ganz andere. Der Vorteil bei der kurzen Haltedauer, gerade im Daytrading, ist natürlich, man hat kein Gap-Risiko. Und die Gefahr unkalkulierbarer Events, die ist natürlich deutlich geringer. Das heißt, das hat gewisse Vorteile. Und jetzt schauen wir hier mal die Vorteile für den Daytrader an. Ein Daytrader hat eine relativ hohe Handelstätigkeit. Das heißt, das kommt auch so ein bisschen dem Arbeitnehmer entgegen. Man hat das Gefühl, etwas zu tun. Man bekommt relativ schnelle Resultate. Ja, das ist auch ein Fakt. Und der Daytrader, wenn er am PC sitzt, der kann natürlich auch relativ schnell auf das reagieren, was über die Newsseite beispielsweise reinkommt. Wenn wir da ziemlich schnelle Bewegungen bekommen, da kann derjenige, der direkt davor sitzt und aus den kleinsten Bewegungen Geld verdienen möchten, natürlich immer wieder sehr, sehr gut auf diese News reagieren, was natürlich ein Arbeitnehmer im Swing Trading in diesem kleinen Rahmen gar nicht kann. Der kann auch auf News reagieren. Das ist alles kein Problem, aber etwas Zeit versetzt. Man hat im Daytrading auch kein Nachtrisiko. Der Vorteil auch hier, gerade im FX-Bereich, man hat keine Finanzierungskosten. Und wenn es gut läuft, dann geben schnelle Erfolge definitiv Sicherheit. Das ist ein großer Vorteil. Ja, die Frage ist jetzt nur, was muss man dann als erstes im Kopf bedenken, um erfolgreich zu werden? Das heißt, was ist die richtige Frage für den Erfolg? Ja, und ich kenne das, wenn Leute zu mir kommen, mich ansprechen, wie auch auf Messen. Die erste Frage, die kommt, was verdienst du so? Wie viel kann ich denn im Trading verdienen? Ist das wirklich die richtige Frage, um im Trading erfolgreich zu sein? Ich kann sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr schlechter Ansatz für den Start. Weil die Frage ist auf den völlig falschen Fakt gelenkt. Es geht im Trading erstmal darum, Fuß zu fassen. Das heißt, die Frage, wie viel kann ich verdienen und wie viel verdiene ich, Mike Seidel, hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was sie verdienen. Das heißt, hier ist der Faktor oder die Frage, wie viel kann ich verdienen? Da liegt der Fokus nur im Geld. Nur. Und nur sich darauf zu fokussieren, ist ein Fehler. Viel richtiger ist es, sich die Frage zu stellen, Nummer eins, wie viel will ich verdienen? Ja, also wir sehen, der Faktor Geld spielt natürlich immer eine Rolle. Jeder, der arbeitet, will Geld verdienen, muss auch Geld verdienen, weil wir wollen ja unser Leben leben. Also, die Frage ist hier viel, viel richtiger. Wie viel möchte ich verdienen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, und das ist die viel, viel, viel wichtigere. Wie stelle ich das an? Das heißt, es ist ja genauso, wie wenn wir mit dem Auto in den Urlaub fahren, an einem Ziel, wo ich noch nie gewesen bin. Ich steige doch nicht einfach ins Auto ein und fahre los. Nee, da kommen wir wahrscheinlich nie an. Wir gucken immer in irgendeiner Art und Weise auch erstmal darauf, wie kann ich denn überhaupt ans Ziel kommen. Früher haben wir in die Karte geguckt, heute schaut man aufs Navigationssystem, aber man hat irgendwas, wo man den Weg planen kann. Und so ist es so. Also, das heißt, im Trading ist die erste Frage, wie viel will ich verdienen? Und die zweite, wie stelle ich das an? Das ist wie beim Autofahren. Wo will ich hin? Wie komme ich da hin? Das sind ja die wichtigen Faktoren. Und ohne die zweite Frage kommen wir nie am Ziel an. So ist es auch. Die Frage ist hier immer wichtig zu stellen, wie stelle ich das an? Und daraus kann man dann einen ordentlichen Plan machen, um auch erfolgreich im Trading langfristig Geld zu verdienen. Das heißt, hier an dieser Stelle schauen wir dann im zweiten Teil dahin, wo man einfach mal schaut, wie sieht denn der Weg entsprechend aus? Das heißt, viele wissen es ja selbst, der Weg zum profitablen Trading, das ist ein steiler Weg, aber er lohnt sich. Nur, eins müssen wir im Hinterkopf behalten, Ich gehe mal wieder auf die Zahl ein, 72% der Privatanleger oder anders, nur 18% der Konten hier bei Tickmüll verdienen Geld. Wir wissen ja, in der Realität ist das noch ganz, ganz anders. Da wissen wir, dass über 90% der Leute Geld verlieren. Fakt ist, oder der Punkt ist einfach der, viele Leute geben mit dem Trading auf, weil sie einfach keine Ahnung haben, wie sie es bewältigen sollen. Das heißt, hier habe ich es mal blau auf weiß geschrieben, sie haben keine Chance zu gewinnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und sie wissen auch nicht, was auf sie zukommt und sie wissen auch nicht, welche Hebel sie in Bewegung setzen müssen, um erfolgreich zu werden. Das braucht Wissen, das braucht auch eine Menge Kraft und Willen, aus den eigenen Fehlern zu lernen und darüber sprechen wir dann im zweiten Teil über nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag ist, am Freitag haben wir großen Feiertag hier in Deutschland, da wird es keine edukativen Teile hier an dieser Stelle geben. Das machen wir dann die Woche drauf. An dieser Stelle danke ich für die Zeit hier im heutigen Webinar und wünsche allen gute Trades und sage gutes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. So. So.